Wir führen heuer das Grillfest bereits im dritten Jahr durch. Wir haben in Summe rund 1000 Anmeldungen und werden über das gesamte Wochenende hinweg rund 5000 Grillbegeisterte bei uns willkommen heißen und das freut uns schon sehr. Die Stimmung ist sehr gut, wir sind gerade angekommen, schaut alles sehr gut organisiert aus, passt alles. Wir waren voriges Jahr schon hier und das hat uns sehr gefallen und diesmal haben wir sogar mehr Leute eingeladen, ich weiß nicht, ob die noch kommen. Wir sind extra aus Oberösterreich angereist, sowas gibt es bei uns nicht. Mein Cousin hat mich hier eingeladen, weil er so voriges Jahr schon einmal hier war und er war sehr begeistert. Wir haben heuer 120 Grillstationen aufgebaut mit in Summe 8 Turns, das heißt wir werden so über den Dreh zwischen 3.000 und 5.000 Menschen an diesem Wochenende begrüßen, die mit uns die Möglichkeit haben zu grillen. In der draußen Grill ist es sehr besser, da gibt es viele Leute und da ist alles interessant. Ja, wir sind sehr froh und stolz, dass wir bereits im dritten Jahr sehr namhafte Partner wieder für das Grillfest, aber auch für unsere Grillserie im Heft und digital gewinnen konnten. Ich darf unter anderem nennen, die Firma Landmann, die uns die Griller zur Verfügung stellt, jetzt auch neu mit Vertriebspartner Baumax, der uns auch Kohle, Grillanzünder und alles, was wir im Equipment rund ums Grillen benötigen, beigestellt hat. Dann haben wir ein feines Goodie-Bag zusammengestellt, wo unsere Gäste Grillutensilien bekommen, wie zum Beispiel Salate und Soßen von der Firma Felix, wie Getränke von der Schadlerbombe und Jovina Ottergringer mit seinem Wiener Original ist mit dabei. Wir haben einen Flaschenöffner von Baumax dabei. Wir haben frisches Brot von der Mann, also wirklich fein ausgestattet. Wir machen das jetzt das dritte Jahr und sponsern die Grillgeräte für diese Veranstaltung, die sehr gelungen ist. Wir präsentieren den Leuten aber auch einige Grillgeräte aus unserem Sortiment. Unter anderem ein Highlight, diesen Grill Dorado, den wir hier ausgestellt haben für indirektes und direktes Grillen, der bei vielen Handelspartnern erhältlich ist, unter anderem bei der Firma Baumax, der auch Partner dieses Events heute ist. Ich habe heute Bratwürste gegrillt, Käsekreiner, Hühnerflügel, Koteletts, alles was gut ist. Verschiedenes Fleisch, Würstel und ein bisschen Mais. Peinerwürstel, Steaks. Naja, jetzt habe ich eigentlich noch mehr Chivapchitschi, jetzt habe ich noch mehr Hühnerflügel, jetzt habe ich noch mehr Maiskalben, Hühnerfilet und dann werden wir weitergehen mit den Würsteln. Schweinsmedaillons und Steaks. Das ist anscheinend der Porta-Aussteak, habe ich mir sagen gelassen, von unserem Fleischhocker. Wir haben selbst den Fleischhocker mitgenommen. Wir haben neu im Programm, weil wir gesehen haben, dass uns sehr viele Familien beehren, ein wirklich umfangreiches Kinder- aber auch Babyprogramm zusammengestellt. Wir haben Luftburgen vom Goldini, wir haben eine riesengroße Spiele-Ecke mit Spielen vom Ravensburger. Wir haben Ritter Schwart als Partner mit dabei und bis hin zu den Kleinsten gibt es Babysitze, Babyliegen, Mamm-Schnuller. Also wirklich für die gesamte Familie von 0 bis 100. Das heute Grillfest ist für alle da. Wir haben eine ganz feine Musik, Live-Band, Lichtwärts und Uli Bär, Solo für 4. Wir haben die Radio Arabella als Musikpartner mit an Bord. Also hier ist gute Stimmung vorprogrammiert. Kleinten bei Grillen, guter Schürze. Verschiedene Geschmäcker, verschiedene Marinaden. Also ich habe hier einen Tandori-Chicken und Schweinesteak, asiatisch gewürzt mit bestimmten Gewürzen, Kräutern und so. Und das macht einfach das Besondere aus. Dass die Gewürt gut ist, klar, ja. Und mittelche Partee und das schönste Wetter. Viel Fleisch. Ja, lassen Sie jemanden grillen, der es versteht. Das Geheimnis vom guten Grillen ist die Übung. Möglichst oft grillen und es wird von Mal zu Mal besser.